Und schon am Samstag hat für die Ersten der Testalltag angefangen. Eine ganze Reihe von Untersuchungen, die auch in den Hochlager bis auf 7'000 m hoch absolviert werden müssen. Der Expeditionsarzt Christoph Wulschläger von Basel hat selber auch mitgeholfen. Wir messen bei dir Blutdruck, Fieber, Gewicht und vorbereiten deine Ohren für die Blutentnahme, die es dort gibt. Mehrere Stunden dauert die Untersuchung für jeden Proband. Und für die Forscher gibt es am Forschungstag einen 12-Stunden-Arbeitstag. Die Forscherin Claudia Mahli hat der Probandin Ursina Grosch den Test auf dem Hometrainer erklärt. Jetzt, wie ich gesagt habe, tief einschnüfen, ganz fest und ganz lang ausschnüben. Noch ein bisschen, noch ein bisschen an und nochmal weiter schnüben. Die Spiroergometrie, eben der Leistungstest auf dem Ergometer, ist der strengste Test hier am Himmel. Velofahren bis zum Umgehen auf dieser Höhe geht an die Nieren. Noch bevor es angefangen hat. Ursina Grosch vor dem Start unter den Masken. Ja, es ist ein bisschen Kopfweh, aber es ist ein bisschen Druck, aber nicht schlimm. Die Rebecca Tönitobler nimmt es gelassen. Ich habe mich aber auch erholt. Es war streng, anders als in Bern. Also kotzet habe ich nicht. Blutentnahme, Ultraschall von Herz, Lungen und Hirn, aber auch andere Untersuchungen lassen die 40 freiwilligen Testpersonen über sich lang gehen lassen. Und das bis jetzt mit einer erstaunlichen Lockerheit. Es nimmt mich schon Wunder, wie das denn weiter oben aussieht. Weil, sehr schnelle Schritte und man fährt schon da auf rund 4'800 Meter an Atmen wie ein Sniff. Und das bis jetzt mit einer erstaunlichen Lockerheit. mit einer erstaunlichen Lockerheit. Vielen Dank.